Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Prison. Heute das erste mal wo die Antwort wirklich gelingt. Wir haben jetzt hier ja bei dir aber nicht in real. Wir könnten vielleicht unsere Kür noch ein bisschen vermehren. Dann sicher angeln. Ich habe hier noch ein bisschen geangelt. Red war ja kurz esen. Warte Paula ist noch stehen geblieben. Genau das ist sicher mal wie gesagt wir müssen nicht einfach fahren. Wir müssen einfach Bücheregal machen. Ja klar. Das sind ja auch alles schweine. Wir machen da jetzt das Schweinesborn. Vielleicht wird David sogar ein Baby. Das kann ja auch da rauskommen aus dem Schweineck. Ja klar. Aber es ist ein helles Schwein wie Neil. Und es ist, es ist fröhlich. Boah, Daydreamer ist doch auch fröhlich oder nicht? Daydreamer ist eigentlich ja, weiß ich nicht. Ich habe mit dem noch nichts gemacht. Nicht? Ich war ab und zu, ich bin bei dem Follower und war ab und zu bei dem Stream aber mehr halt auch nicht. Alter, oh mein Gott, die Dings Videos, die Granny Simulator Videos. Boah, die sind immer heftig. Die werden auch, vor allem wir nehmen ja auch bald auf. Deswegen. Granny Simulator? Ja, ich habe mir das auch extra geholt. Ah so, ja moin, dann können wir das ja zusammenspielen. Alle oder heute noch aufnehmen? Ja, wieso nicht? Ja eben. Dann, wenn wir noch ein paar Folgen bei haben. Alter, wie geil Ballhalla. Hehehe. Hehehe. Ja, ich hab, ach Gott. Egal. Sollen wir uns immer irgendwie was, irgendwas, irgendwas überlegen. Ich hab einen Eilge-Worf jetzt einen Hund rauskommt, jetzt steht, dass sie auf der Treppe jetzt ist. Als ob. Hehehe. Ja, dumm. Das Schild mit E ist immer noch hier. Das bleibt jetzt auch da. Ja, das ist es. Hehehehe. Digga, die Hühner sind schon so viele. Hehehe. Vermehrden die sich von alleine? Was starten die immer für gruppensex alter ja wirklich ich glaube können die sich für uns selber ver- nee nee können sie nicht hä wieso sind das immer so viele ja weil wir dort immer ab und zu mal eier reinwerfen ja stimmt oh eins ist abgehauen das war die falsche entscheidung okay weißt du was ich klein jetzt hier nochmal alle meine items in diese kiste geh ohne was ins nether und wenn die immer noch aggressiv sind gehe ich nicht lava holen wenn ihr nicht mehr aggressiv geht nehm ich einfach einen eimer mit und geholt mir ein bisschen lava wir sind immer noch aggressiv schade okay naja ich habe zumindest nichts verloren das namensschild ist in der chest für deinen kollegen wo ist es denn da in der wo ich drin bin ach so hier ach nee du hast gerade weggenommen oder ich hab sie jetzt getroppt ich hab sie da bekommen okay dann nehme ich das gleich so okay dann aber ich muss ganz erst zuerst ganz kurz ein bisschen fischen weil wie süß dein hühnchen wieso musst du fischen ach so weil du ein level brauchst ich überlege halt gerade ob ich erst noch mal abwarte mit dem kühe schlachten oder habe ich oder habe ich jetzt machen mit dem plünderungswischheit natürlich ja klar zwei müssen am leben bleiben weil ich habe jetzt einen vermehrt mit der anderen aber komm bitte wettkrupp ich glaube wir brauchen ein größeres weizenfeld wir haben doch noch viel weizen oder nicht wir haben nicht so viel weil wir sollten einfach regelmäßig abfahren ich glaube dann hätten wir sogar relativ viel von allem es lohnt sich schon das weizenfeld größer zu machen also haben wir ja noch so ein bisschen aber da ist die mauer so scheiße ja ich guck mal was ich da bauen kann das geht kein zweit stimmt stimmt wir können dort einfach anbauen ja wir können hier die mauer wieder weg machen dann baue ich das so dass das passt oh komm schon dann können wir das auch vielleicht mal ein bisschen strukturierter bauen ja ist so also jetzt hätte ich schon wieder gemütet diesmal nehme ich sogar auf wie cool ist das denn das ist ja cool Junge wir haben doch eine Diamanthake ja die nehme ich jetzt auch ja wieso denn eigentlich auch nicht eben die ackert schneller da haben wir alle Schweine benennt oder benennt alter ja was denn sonst ja benennt alter deutsch benennt benennt ist doch dasselbe ich brauche Seerosenblätter ich nehme die jetzt ein paar aus dem See wieder raus das sind viel zu viele Daydream weil wir brauchen ja zwei Wasserquellen damit das nicht schimmelt hier alles immer Daydream damit man da nicht reinfallen kann mach ich da einfach ein Seerosenblatt drauf ja guck easy jetzt kann man da einfach drüber laufen oh Gott ich hätte fast hier ein anderes Schwein umbenannt Simon always crafter du bist da hast du zufälligerweise ein Wassereimer ja ach wie sie jetzt steht die müssen nicht alle einander stehen sonst bin ich nicht safe so wir haben jetzt hier Daydreamer und jetzt hier noch jetzt müssen wir noch ein Schwein benennen wie könnten wir das noch benennen oh da hätte ich ja gar kein Ding jetzt machen müssen da hätte ich dafür gar nicht spawnen müssen das eine achso gib mir jetzt mal den scheiß Wassereimer Junge achso tu mir leid ich platziere den kurz wieso hier weil da willst du nicht einfach hier hinten wird Wasser gebraucht hinten wird Wasser gebraucht ah mit sie oh 500 ja da kann ich reinlaufen ja ich mach einfach hier hinten die Karotten machen wir einfach weg also nicht weg sondern ich mach wie hinten soo so genau und hier vorne dann beizen wir können ja auch das Kuhgehege noch ein bisschen kleiner machen das muss ja auch nicht so riesig sein oha wieso ist das dann so komisch um die Ecke ja eben deswegen das muss ja nicht so sein dann tu die mal nach vorne locken mit dem Ding jetzt und ich mach das Kuhgehege kleiner genau du lockst die nach vorne mit dem Weizen I'm not afraid I'm not afraid oh nein nicht raus nur zu mir kommen hallo bitte kommen sie hier gibt's free essen free essen for alle hallo Kuh komm haltet ihr hat doch auch das Downsyndrom wieso haben wir so Downies hier kommt Kühe kommt 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 ich will die nicht nochmal schlagen voila Kuh komm noch so achso das ist jetzt warte ah das sind ja sogar noch 2 lol warte bau hier nochmal zu sonst gehen die jetzt raus kommt wir sind jetzt neu getriggert hier geh mal weg ohja ohja die sind neu getriggert ja das geht auch warte hab ich let's go ja schade let's go so jetzt machen wir hier auch nochmal ein bisschen Hake Action ok dann können wir das Wasser auch gleich mal anders positionieren ok machen wir nämlich das einmal hier hinten so hin und hier so bau nochmal dich mit dem Wassereimer mach mal das Wasser hier hinten hin ja eben dann können wir das hier auflösen dann mir einfällt mehr hast du noch Erde oh guck mal da hast du gerade Rose drauf oh mein Gott das bringt Glück also weiß ich nicht immer wie sagen sie dann nochmal lass mich einfach mal hier bauen ja ja ich hol noch ok dann ich hab schon ok dann ist ja easy für mich ähm wir haben wieder viel zu viele chickens auch so viele Kühe ähm es wäre geil wie wir noch so ein bisschen erweitern könnten ich glaube wir brauchen eine Seed ich würd sagen wir machen das Weizenfeld einfach größer ja oder ja 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 wir brauchen schon Weizen brauchen wir am meisten Kartoffeln Weizenfeld größer als das Kartoffeln und Dingensfeld ja ja klar so holen wir noch ganz kurz Erde und ein bisschen an der Seite Alter du spammst deine Taste ja komplett durch mit meiner Maus mit meiner Maus so guck mal wie schick das ist ist ja prinzipiell dasselbe oh das war fast ok jetzt muss es einfach sehr schnell gehen zack zack oh mein Gott ok guck mal hinten das ist halt an das ist doch viel schicker ich glaube auch ja viel besser jetzt haben wir nämlich auch wirklich mehr Platz halt auch für alles essen das ist schon wichtig ja es sieht wirklich besser aus ok da hinten sind es 3 2 3 4 ja ok das passt ok dann machen wir hier mal weiter wir müssen nämlich hier also wir müssen es relativ äh das hier will ich nämlich noch kurz bisschen ausbessern was regelt dich an unserem System man ja das baue ich ja gerade um ok wieso regnet es eigentlich die ganze Zeit weil wir schlechtes Wetter bestellt haben ok bei welcher firma schlechte Wetter schlechte Wetter das dürfen wir gar nicht sagen oh scheiße hm unter Wasser regnet es nicht hm zufall ich glaube nicht ja ja schön hätten wir das aufgeklärt so machen wir das jetzt hier so rein vielleicht nicht auf der border bitte danke das machen wir jetzt bei den anderen drei so nein ja doch danke ich habe in der Bibliothek was umgebaut ok was dün 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 was da nicht mehr so viele Nähterzegel sehter Blöcke so richtig hässlich oha und noch etwas anderes aber wieso baust du hier ab da kommen wir dann irgendwie andere gerade hin oh ups war schon stein ach dann wirst du auch Holz überall ja das ist eine Bibliothek ja aber das macht keinen Sinn da drüber kommen ja die Bücherregale ich sehe da ist ja Holz verschwenden hä wenigstens unter die Kisten und neben die Kisten weil das sieht man ja bei den Kisten sieht man es halt bei den Kisten verstehe ich es ja aber da hinten ist ja ein bisschen unnötig aber egal egal das passt schon so so jetzt haben wir hier nämlich die Bibliothek die Bibliothek ich habe nicht genug Blöcke ich habe nicht genug Blöcke ja auch schade ich brauche noch mal drei Blöcke so 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 nehmen wir noch jetzt ein bisschen Chicken mit dann kann ich das mal so ein bisschen braten das ist gut Gute Idee ne na das jetzt nicht unbedingt aber naja immerhin ne wow ja Leute ich gucke hier gerade noch so noch kurz zusammen damit wir die Kisten hier noch mal ein bisschen sortiert haben da ist nämlich noch Chicken essen essen oh Junge ich kenne unsere Kistenordnung einfach nicht ich muss immer neu gucken wo die Sachen sind so ich glaube jetzt haben wir ja mehr oder weniger alles aber das nervt mich dass diese scheiß Zombie Picklings noch angry sind da habe ich doch gar nichts gemacht gar nichts so ich habe gerade noch mal die Kühe vermehrt aber es ist doch sehr schick bei uns hier oder? ja finde ich auch also wir haben es auch optisch verstanden das Spiel ja was ist eigentlich so der nächste Erfolg an den wir uns ranwagen willst du das mal liken äh legen meine ich äh ja cool haha wir müssen halt einfach mehr Bücherregale im Moment haben und für das müssen wir angeln Kühe töten Zuckerrohr abfahren und das ist halt jetzt die nächste aber dadurch dass wir diesen Flinderungsdreifisch haben und ich habe die Kühe gerade vermehrt mache ich jetzt mal ein bisschen Action ja mach mal ein bisschen weil die ja jetzt auch schon relativ viele sind wir hoffen einfach dass das Game uns gönnt also zwei Leder am Schluss das ist einer Kuh und neun Leder insgesamt also nochmal fünf Leder aus der einen Kuh gerade okay ja da können wir immerhin schon wie viele neun? nochmal ein Leder nur leider aber komm eine mache ich noch hier die hässliche Braune ja du kannst theoretisch alle töten bis es nur noch zwei sind dann ne aber das dauert das immer so lange mit dem vermehrten stimmt ja wir haben jetzt zwölf Leder damit können wir schon mal wieder vier Bücherregale machen ja das sind schon ich glaube das geht jetzt dann relativ schnell relativ fix wenn wir da jetzt naja tut's auch aber wenn wir da jetzt bisschen Zeit investieren dann klappt das gut ich brauch Zuckerrohr und äh Dingens so Zuckerrohr ist bestimmt bei Essen Alter so Zuckerrohr aber nicht zu scheiß essen alter nicht? ne ok so wir brauchen da ist noch Fröls aua so Leder haben wir jetzt sogar noch drei übrig ich hasse ja diesen fetten Bäume ne wobei wenn wir drei noch haben dann kann ich ja noch einen Bücherregal einbinden ich mach so viel wie das Herz begeht also ich mach so viel wie wir jetzt erstmal machen können so der Wolf bekommt auch noch ein bisschen Licht so ganz so dunkel in der ganzen Leine ja sie ist ein Wolf also ja stimmt sie darf auch alleine sein sie ist ein einsamer Wolf ja das ist sie aber gerne glaub ich he 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 weiss ich nicht Dinger so wir haben noch mal ein paar Bücherregale kann ja Wolf gerne mal unten in die äh Kommentare schreiben sie nennt sich selber manchmal einsamer Wolf achso wir können jetzt auf Level die Vielfalt zaubern elf Level schon ja immerhin ja immerhin ja das ist noch nicht die Welt aber ne immerhin ne ja hier ist schon wieder ein Hühnchen rauskommen aus dem Eier wir wirft doch die ganze Zeit Eier wir wirft doch die ganze Zeit Eier ja unten in der Base richtig schlau ne ja wirklich so haben wir jetzt noch irgendwas zu tun ähm ja halt einfach das übliche ne zucker aufbauen können wir ein bisschen angeln wie lange ist deine Aufnahme 16 Minuten das passt eigentlich relativ gut eben genau dann lass doch jetzt wollen wir eigentlich dieses eine Schwein das wo wir nicht wissen wie wir nennen oder kenne wir irgendjemanden wir tun noch ich tue glaube ich noch mein mein Zweitadmin der ist wichtig oder ne wir könnten äh wir brauchen noch TheFox IP und Jolly oh stimmt lol komplett vergessen so stimmt lol du kennst die halt nicht mal aber egal ja doch TheFox mit dem hatte ich schon zu tun er war auch schon ab und zu in meinen Streams eh das gibt's doch nicht mit Jolly hatte ich noch nicht wirklich was zu tun ich hab ein Ei geworfen da kommt wieder gut aus ja schade so wir brauchen wir aber Namensstelle damit wir das machen können ja ja stimmt stimmt auch wieder ne aber egal das machen wir auch nicht jetzt sondern das machen wir in der vielleicht nächsten Folge sogar wenn wir einen Namensstelle haben aber auch nur vielleicht Spaß ähm ja ja technisch was ist deine Aufnahme ne ach ja stimmt Leute das war es mit dieser Folge wenn es euch gefallen hat lasst doch ein Likre und ein Abo da auf beiden Kanälen natürlich auch wobei schauen äh schau dann in die Playlist da sind alle Videos natürlich aktuell verlinkt und äh ja ich weiß immer nie was sagen ähm ja bis zum nächsten Mal tschüssi 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 die die